So richtig Bock auf Hausaufgaben haben wahrscheinlich die wenigsten. Aber sollte man Hausaufgaben prinzipiell abschaffen, darüber diskutieren gerade einige PolitikerInnen. Ihr kennt es wahrscheinlich, wenn man eine Menge Hausaufgaben aufhat, kann es ganz schön belastend sein. Das kann sogar dann zu psychischem Stress werden. Und für Freizeit hat man irgendwie dann auch keine Zeit mehr und die Hobbys leiden darunter. Oft müssen auch die Eltern bei den Hausaufgaben helfen, aber nicht jeder hat gleich viel Zeit und nicht jeder kann gleich gut helfen und das ist dann ganz schön unfair für die SchülerInnen. Hausaufgaben helfen aber auch, den Schulstoff nochmal zu wiederholen und zu üben. Dadurch werdet ihr in den Fächern dann besser. In manchen Schulen gibt es jetzt die Lösung, dass man die Hausaufgaben nachmittags in der Schule erledigt. Die SchülerInnen werden von den LehrerInnen betreut. Könnte das die Lösung sein? Oder fällt euch irgendwie eine andere Lösung ein? Schreibt es uns mal in die Kommentare.